UNTERTITELUNG Mama, ich möchte einen Hund haben. Nein, dein Hund ist die Geige. Jonas, komm doch mal her. Willst du Alexander nicht mal begleiten? Jonas, konzentrier dich bitte. Komm, noch mal. Ich spiel nicht mehr. Bitte nimm die Geige und spiel weiter. Ich lass mich in Ruhe, ich spiel nicht mehr! Anna, es ist etwas, was du machst, Jonas. Ich arbeite nicht sehr. Du bist spät dran. Ich habe den Bus verpasst. Im Konzert wartet auch niemand auf dich. Noch mal. Nein. Nein. Sie finden, dass er zu wenig übt? Es sind mittlerweile wirklich vier Stunden am Tag. Ein bisschen schneller. Du schleifst die Töne. Der Violon, Anna, ist nur eine infime Partie der Welt. Ich denk beim Spielen die ganze Zeit, ich schaff's nicht. Wir sind am Abend. Ein bisschen schneller. Weiter. Lass locker. Geigen. Das ist dort.